Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Nachwort bzw. einer Kritik von Xenonauts. Reichlich verspätet, wie ich zugeben muss, aber ich wollte das ja seinerzeit schon machen, als ich das Let's Play beendet hatte, aber da bin ich aus verschiedenen Gründen nicht zugekommen und habe es dann auch stumpf etwas vergessen. Aber besser spät als nie und ich denke, das Spiel hat jetzt in jedem Fall verdient, dass ich da noch ein paar Worte zu verliere. Im Übrigen werde ich in Kürze ja ein anderes Remake eines des XCOM-Spiels beginnen zu Let's Play, nämlich Open XCOM, das sich zugegebenermaßen wirklich ein reines Remake ist. Also kein Reimagining oder was auch immer wie Xenonauts, sondern tatsächlich sich am Original extrem dicht hält. Und zum anderen ist auch gerade, zumindest auf GOG, der 1.65-Patch für Xenonauts rausgekommen, der noch den ein oder anderen Bug ausbügelt, insbesondere den, dass man mit MG-Salven auch aus Versehen durch Wände schießen kann. Das dürfte jetzt laut Patch-Notes nicht mehr der Fall sein. Also, obwohl an Xenonauts 2 gearbeitet wird, haben sie sich zumindest noch die Zeit genommen, zumindest einige Bugs auszubügeln. Ich glaube, so wirklich Gamebreaker hat das Spiel nicht mehr. Die sind im Laufe der Zeit weggepatcht worden, soweit ich weiß. Es gibt noch den ein oder anderen Bug, der nicht reproduzierbar ist oder schlecht reproduzierbar ist. Und sowas ist natürlich immer schwer zu finden, aber ich denke, die Entwicklung ist jetzt so ziemlich abgeschlossen. Die war es eigentlich auch schon vor diesem Patch, weil wir haben es ja auch ohne diesen Patch vollständig spielen können. Das einzige Problem, was wir im Let's Play hatten, war ja der Hidden Movement Bug. Und der ist ja schon seit einer Weile nicht mehr vorhanden. Der war auch offensichtlich einfach zu finden. Aber egal. So, jetzt eigentlich zur eigentlichen Kritik des Spiels. Ich muss sagen, ich bin ja, das sollte ich vorweg schicken, habe ich an anderer Stelle ja auch schon erwähnt, ein ziemlich großer XCOM-Fan, obwohl ich das Wort Fan nicht mag. Also sagen wir, ich mag XCOM sehr, das Original und Terror from the Deep. Ich mochte sogar ein bisschen XCOM 2012. Und ich bin also diese Kombination aus Taktik und Strategiespiel in Verbindung mit Science Fiction beziehungsweise Aliens und so weiter. Und dieses ganze Setting, dass man unterlegen ist, quasi als Basis des Spiels und sich sozusagen ganz langsam ranrobben muss, um Parität zu erreichen und dann vielleicht irgendwann überlegen zu sein. Aber eigentlich ist man nie überlegen, weil die Aliens immer bessere Technologie haben. Also, dieses ganze Setting hat es mir schon seit früher Jugend sehr angetan. Und wenn ich das vorweggeschickt habe, wird der nächste Satz dann auch seine, ich denke, seine ganze Bedeutung entfalten. Für mich ist Xenonauts besser als das Original. Objektiv betrachtet. Also, für mich objektiv betrachtet, ist ja ein gewisses Maß. Und Subjektivität bleibt natürlich immer, nicht wahr? Also, kann ich nicht verhindern. Aber ich sage mal, nach objektiven Kriterien, wie Gameplay, Spielmechanik, Grafik, Interface, alles, ist eigentlich alles besser. Ja, das Einzige, was halt fehlt, ist halt der Originalitätsfaktor. Aber, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, den gibt es halt leider nur einmal. Und da kann man nichts dran machen. Also, für mich ist Xenonauts definitiv das Spiel des Jahrzehnts. Ich habe seit sehr langer Zeit nicht mehr so viel Spaß mit einem Spiel gehabt. Und ich will kurz begründen, warum das so ist. Und Xenonauts legt meines Erachtens genau die richtigen Prioritäten an. Für ein modernes Spiel sind Grafik und Sound, oder vor allem Grafik, sicherlich nicht weltbewegend und eigentlich sogar ziemlich rückständig. Aber die Grafik ist zweckmäßig. Sie ist übersichtlich. Sie behindert nicht. Es gibt keinen Wow-Effekt, aber in einem Taktik- und Strategiespiel brauche ich ehrlich gesagt auch keine Wow-Effekte. Also, Wow-Effekte brauche ich in First-Person-Shootern oder so. Aber in einem Strategiespiel stört das eher. Weil da hat man ja Sachen im Kopf zu erledigen. Und wenn man dann durch irgendwelches Brimborium abgelenkt wird, ist das nicht unbedingt hilfreich. Also, das ist, was man dem Spiel vorwerfen kann, ist halt die rückständige Grafik. Das kann ich dem Spiel nicht vorwerfen. Man kann darüber streiten, ob dieser leichte Comic-Stil passig ist oder ob das Comic ist. Weiß ich nicht mal. Also, ob der Grafik-Stil man da nicht einen besseren hätte finden können. Aber das ist für mich wirklich zweitrangig. Was das Spiel so außergewöhnlich macht, ist das Gameplay. Und hier vor allem das Balancing. Das, wie ich sagen muss, perfekt ist. Also, nach dem, ich weiß nicht, welche Patch-Nummer das war. Es gab in früheren Versionen ein Problem, was das Spiel, was das Balancing angeht, tendenziell auf die etwas unfaire Seite gebracht hat. Das war die Tatsache, dass Mind-Controlte Soldaten nicht erst in der nächsten Runde für die Aliens gehandelt haben, sondern sofort. Und das hat üblicherweise dazu geführt, dass, wenn das passierte und dagegen konnte, kann man sich in diesem Spiel ja nicht wehren, die halbe Truppe ausgelöscht wurde. Also, man darf sich das nur mal vorstellen, wenn der Heavy umgedreht wird, naja gut, dann war es das halt mit denjenigen, die neben ihm in der Deckung hocken. Das war nicht wirklich kriegsentscheidend. Es hat allerdings, es hat das Balancing unperfekt gemacht. Weil so wie es jetzt ist, könnte man argumentieren, dass es dadurch etwas einfacher wird, weil man halt auf das Mind-Control der Aliens reagieren kann. Andererseits finde ich das nur fair, weil es ja sonst, im Gegensatz zum Original, keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten gibt. Wir können ja selber Psi-mäßig uns nicht irgendwie dagegen wehren. Deswegen war das sicherlich eine sehr wegweisende Entscheidung. Und die hat das Spiel definitiv eine Qualitätsstufe nach oben gehoben. Wenn man das mit einbezieht und wir uns mal unser Let's Play vergegenwärtigen. Und es waren ja nur 70 oder 80 Stunden, die hat ja sicherlich jeder gegenwärtig. Ich habe auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und ich hatte nie das Gefühl, von Glück abhängig zu sein. Ein Spiel wie Xenonauts oder XCOM hat natürlich immer einen gewissen Glücksfaktor. Das lässt sich nicht vermeiden. Ein gutes Spiel oder ein sehr gutes Spiel oder ein sehr gutes Taktikspiel, muss ich sagen, gibt einem aber die Möglichkeit, durch kluges taktisches Vorgehen, diesen Glücksfaktor zu minimieren. Man wird ihn nie ganz ausschließen können. Wir haben sicherlich ein paar Mal richtig Schwein gehabt in unserem Let's Play. Wo wir theoretisch durchaus den Soldaten hätten verlieren können. Andererseits haben wir auch ein paar Mal richtig Pech gehabt. Wo es auch durchaus deutlich besser hätte laufen können. Also das hat sich im Endeffekt ausgeglichen. Aber der Punkt ist, es war möglich, den Glücksfaktor durch das eigene Spiel, durch die Art, wie man seine Soldaten positioniert, wie man handelt, in welcher Reihenfolge, wie man diese ganzen Kleinigkeiten, wie man sich ausrüstet und so weiter und so weiter, diese ganzen Kleinigkeiten, an denen man drehen kann, dass durch das eigene Spiel dieser Glücksfaktor so weit minimiert wurde, dass es möglich war, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad das Spiel, ich will nicht sagen ohne Probleme zu beenden, aber zumindest ohne Niederlagen. Dann wäre es mal so. Das ist das Zeichen eines, für mich, bei einem Taktikspiel eines perfekten Balancing. Also ich mag es nicht, wenn es überhaupt keinen Glücksfaktor gibt. Also der Glücksfaktor sollte schon vorhanden sein. Das macht die ganze Sache aufregend und spannend. Wenn ich allerdings das Gefühl bekomme, und bei XCOM ist das, denke ich, nachweisbar, wenn man das möchte, ich habe es vor kurzem auch nochmal durchgespielt mit einem ähnlichen Ergebnis. Also das war kein Flug, das war schon so. Wenn das Spiel einem das Gefühl gibt, dass man diesen Glücksfaktor beeinflussen kann, in seinem Sinne, durch halt, wie gesagt, Brainstorming, dann ist das bei einem Strategiespiel oder Taktikspiel so ziemlich das Befriedigendste, was es gibt. Wenn man dann dadurch tatsächlich den Erfolg erreicht. Und nicht, weil man rennt einfach drauf los in der Mission und am Ende überleben zwar alle, aber eher so, weil die Aliens halt schlecht gewürfelt haben. Das mag zwar auch auf einer gewissen Ebene befriedigend sein, aber für mich ist halt die höhere oder die größere Befriedigung die, wenn ich merke, das war, weil ich es so gemacht habe. Und wir haben kein Glück gebraucht, beziehungsweise nur wenig. Oder auch einfach keins gehabt. Das ist, wie gesagt, für mich die, 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 das sind die Kronjuwelen eines Strategiespiels. Wenn, wenn das möglich, also wenn das gelingt, wenn das den Entwicklern gelingt. Und, ähm, Goldhawk Interactive ist das gelogen. Ähm, zugegebenermaßen endgültig erst mit diesem Patch, der diese Mind-Control-Geschichte korrigiert. Aber, ähm, weil in dem Moment, in dem es das, also als das noch nicht der Fall war, hat man in dem Moment, in dem man Mind-Control-Geschichte, wurde halt einfach Glück gebraucht. Ähm, beziehungsweise man hat Leute verloren. Und, ähm, das ist nicht im Umkehrschluss, ist das nicht etwas, was ich dem Original vorwerfen würde. Oder einem Spiel vorwerfen würde, wo das nicht so perfekt ist. Ähm, wo man also quasi Leute verliert, ohne dass man was dafür kann. Ähm, das ist in vielen Spielen würde mich das stören. Bei einem X-Com-Spiel stört es mich nicht, weil das Setting, also von der, von der, von, ja, von dem ganzen Rahmen, den das Spiel setzt, es irgendwie passt, ähm, dieses, wir, äh, wir sind unterlegen, wir haben keine Chance, wir werden, sterben wir die Fliegen. Ähm, trotz unserer besten, äh, äh, Versuche, sind die Aliens einfach besser als wir. Ähm, das macht dieses, dieses, äh, das ist ein, das ist die Setting, grundsätzlich das Setting, was ich halt so mag, diese, äh, wenn so die menschliche, oder, ja, die menschliche Hybris, äh, sozusagen so zurückgestutzt wird, äh, ist auch der Grund, warum ich die Romane von Stanislaw Lem so mag. Ähm, weil das halt diese, äh, Mensch, äh, schwindet ins All und denkt, ja, wir haben's drauf, und dann stellt er fest, ne, so richtig drauf hat er's nicht. Er ist doch nur klein und winzig und unbedeutend. Das ist, das ist immer eine schöne, ähm, Lektion in Demut und das kann, äh, eigentlich nie schaden. Ähm, bei dem Original XCOM war das eben nicht so. Da war das Balancing nicht perfekt, da waren, also da war das, war das Balancing auf der einen Seite nicht perfekt, dass man irgendwann selber zu übermächtig wurde. Durch, ähm, äh, Psi-Verstärkung, durch Blasterbombs waren die Aliens irgendwann kein Problem mehr. Ähm, vorher war es allerdings so, ich sag mal, für den, für zwei Drittel des Spiels, für den, für die ersten zwei Drittel des Spiels, dass, ähm, wenn man kein Pech, wenn man einfach ein bisschen Pech hatte, dann war's das. Äh, also wenn man gelandet ist und die Aliens, äh, und man, man sieht ja zuerst nicht, ähm, wer direkt vor dem Ausgang des Schiffes steht und, äh, wenn man dann halt einen Soldaten rausgezogen hat, vielleicht selbst, wenn man noch eine Smokebomb geworfen hat und der würfelt einfach so gut, dass er uns trotz, trotz der Smokebomb sieht und er hat halt ein, was weiß ich, äh, wo immer Blasterbomb gibt's glaube ich kein Reactionfire, aber trotzdem, ne, also er knallt dann sofort, ähm, äh, seine Plasma-Shots in den Skyranger und dann verliert man die Hälfte des Teams oder ein, da gibt es zig Situationen, wo man einfach trotz sehr vorsichtigem, trotz überlegtem Vorgehen einfach, äh, Leute verliert, also quasi in Anführungsstrichen in eine Niederlage erleidet und, ähm, da ist es halt, äh, da macht es halt den Spaß aus, diese Niederlage zu verkraften und zu verarbeiten. Das macht Xenonauts halt nicht. Xenonauts versucht tatsächlich, ein perfektes Taktik-Strategie-Spiel zu sein. Ähm, XCOM, das Original, hat das glaube ich gar nicht erst versucht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die Xenonauts-Entwickler es wirklich bewusst versucht haben, aber sie haben es auf jeden Fall erreicht und, ähm, das macht Xenonauts zu einer anderen Art von Spiel, also, in, in Nuancen als XCOM, ähm, weil es weniger darum geht, ähm, diesen, diesen Terror und diese Angst und diese, ständig kann man, ähm, ständig kann man verlieren, ähm, diese, diese, ähm, dieses Gefühl zu überwinden, sondern, ähm, Xenonauts kann, spricht quasi einen, ja, den Technokraten in mir an. Ich kann es versuchen, mein Spiel perfekt zu optimieren, sodass ich, ähm, ein perfektes, ähm, Ergebnis erziele. Und, ähm, wie gesagt, das ist etwas, was XCOM das Original anders gemacht hat oder nicht so gemacht hat, ähm, aber das ist für mich in einem Strategiespiel, ähm, sind das die höchsten Weihen. Und, ähm, das ist der Hauptgrund, ähm, warum ich Xenonauts so, äh, vergöttere, ja, schon fast sagen, ähm, dieses, es gibt, es ist, und, ähm, dazu muss ich sagen, also, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, da kann man das Spiel ja einfach super einfach machen, da verliert man auch keinen, dann hast du auch das perfekte Ergebnis, ja, aber der, die Kombination bei Xenonauts ist halt die, dass das Spiel knüppelhart ist. Es ist eben nicht einfach. Und, ähm, allerdings schafft es halt, auf diesem Grad zu bleiben und nie auf der Seite des Unfairen, äh, von der Klippe zu stürzen. Es ist sehr schwer, keine Frage, wir haben uns sehr anstrengen müssen, ähm, Let's Play hätte sicherlich auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad auch bei weitem nicht so lange gedauert, ähm, aber es war nie unfair. Naja, und, ähm, das über einen so langen Zeitraum, also, weil das Spiel zieht sich ja eine Weile, ähm, es war gegen Ende dann, ähm, aber das Problem hat eigentlich für fast jedes Spiel, ähm, wenn man dann den Fury hatte und, äh, die, äh, was war das, diese, ähm, dieses Blasterbomb-Äquivalent, ähm, sank der Schwierigkeitsgrad deutlich, ähm, für die, äh, finale Mission haben die Entwickler das Problem des zu leichten, inzwischen zu leicht gewordenen Schwierigkeitsgrad dadurch halt behoben, dass sie ein ziemlich enges Zeitlimit vorgegeben haben, was die ganze Sache dann wieder, äh, fordernd gemacht hat, ähm, aber abgesehen von diesem wirklich letzten, ich sag mal letzten Zehntel des Spiels, ähm, ähm, war das Balancing echt perfekt. Man war immer ein bisschen hinter den Aliens her, man hatte immer, wenn man sozusagen wieder einen neuen Fortschritt, einen technologischen Fortschritt erreicht hatte, waren die Alien wieder selber auch ein Stück weiter und, äh, man hat sie also nie, also bis auf ganz am Ende, eigentlich nie eingeholt, aber man konnte, wenn man sich anstrengte, ähm, wirklich nah genug an ihrem Fortschritt und an ihren Fähigkeiten dranbleiben, dass man im Spiel halt eine faire Chance hatte. Und, ähm, das hat, ähm, das Spiel für mich so außergewöhnlich gemacht. Ja, ähm, was es noch zum Spiel zu sagen gäbe, wäre, ich finde persönlich, ähm, das hatte ich ja anfangs schon erwähnt, die, ähm, äh, Grafik nicht störend, ich weiß, dass das andere Leute anders sehen, ähm, mich hat diese Zweckmäßigkeit überzeugt. Ich hatte ständig, oder ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe. Ich konnte, ähm, auch durch die verschiedenen Möglichkeiten, welche Ebenen man einblenden konnte, sodass man quasi, dass man auch alles ausschalten konnte und nur einen Grundriss hatte, ähm, von den Battlescape-Karten, dass man, ähm, alle Werkzeuge an die Hand bekommen hat, um tatsächlich optimal planen zu können. Ich meine, wir haben ja auch gesehen in dem Let's Play, wie lange ich geplant habe, für, um Soldaten zu bewegen. Das hat ja teilweise vielleicht für die Zuseher erquälend lange gedauert, aber es war halt ein Gedankenvorgang und der dauert halt, wenn man keinen Unsinn machen will. Ähm, zumindest bei mir dauert das. Es gibt sicher Leute, die das, die zu einem ähnlich guten oder besseren Ergebnis schneller gekommen wären. Das will ich auf keinen Fall ausschließen. Ähm, andererseits weiß ich aber auch, und das habe ich auch in anderen Let's Plays von anderen Menschen gesehen, ähm, dass man halt auch viel, ich sag mal, progressiver spielen kann. Ähm, das ist halt nicht so, wie ich so ein Spiel spielen möchte, weil mir das halt einfach weniger Spaß macht. Ähm, aber das ist ja völlig legitim. Und das Schöne ist an Xenonauts, auch das wird erlaubt. Diese Leute haben dann üblicherweise auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen mehr Probleme. Aber erstens gibt es dafür die anderen Schwierigkeitsgrade und zum anderen, ähm, spielen die das halt dann so vom Feeling her so ein bisschen wie das Original. Also wir verlieren Leute und wir müssen, äh, Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich sterben wir nicht alle. Ähm, und, äh, auch diese Möglichkeit bietet das Spiel. Also es bietet eigentlich für jeden Geschmack, wenn man halt dieses Taktik-Strategie-Ding mit UFOs mag, ähm, eigentlich für jeden was. Und, ähm, wie gesagt, ich finde die Grafik, für mich ist das eher ein positiver Effekt, dass sie sehr übersichtlich ist, zweckmäßig. Ich kann alles erkennen. Ähm, und das war, äh, fand ich sehr schön. Es war auch die, ähm, zufällige Generierung der Karten. Es hätten vielleicht ein paar mehr Module sein können. Also man hat dann doch Sachen wiedererkannt. Aber, äh, ich meine, wir haben, ich weiß nicht, 125 Videos gehabt. Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf. Also das wird auch, ich weiß gar nicht, wie viele Missionen das waren. Also das wird auch nicht so ganz einfach, da dann jedes Mal was völlig Neues zu haben. Es war immer noch, ähm, unterschiedlich genug. Zugegebenermaßen auch verbessert durch die, äh, Mod, die ich benutzt habe, die zusätzliche Karten, ähm, hinzugefügt hat. Ähm, aber ich fühlte mich nicht gelangweilt. Zum Beispiel bei XCOM 2012 hatte ich, äh, da die ja, da die Karten da zwar auch zufällig generiert sind, aber da die Module, ich sag mal, entweder sind es weniger oder sie sind größer. Also zumindest erkennt man da sehr viel, sehr oft wieder. Und, äh, man sieht sozusagen, wenn man gelandet ist sofort, welche Karte das ist. Und da hatte ich das sehr oft, äh, immer wieder die gleichen Karten. und also auffällig gleich. Ähm, und auch im Original war das so. Ne, also ich meine, die Farm, es gab halt, klar waren die, waren die, äh, waren die, ähm, scheunen irgendwo mal an anderen Orten, aber vom Prinzip, ah, okay, Farmkarte wusste man ungefähr, ähm, was für Häuser man erwarten konnte, ähm, und so weiter. Ähm, die Karten hatten auch eine angemessene Größe, wie ich fand. Sie waren nicht zu klein. Und sie hatten auch nicht das, äh, Terra from the Deep Problem, dass sie total viel zu groß waren. Ähm, ich hätte, ähm, das habe ich allerdings auch nie verifizieren können, wie die Kartengröße insgesamt variierte. Da hätte ich mit, also mein Gefühl sagt mir, da hätte ich noch ein bisschen mehr Varianz, ähm, ganz gerne gehabt. Dass man mal eine richtig, zwischendurch einfach mal eine absolut Riesenkarte hat. Und andererseits dann mal wieder eine ziemlich kleine. Da waren, glaube ich, die Varianzen eher gering, falls es überhaupt welche gab. Aber ich glaube schon. Ich glaube, das hing vom UFO-Typus ab. Aber egal. Ähm, also, auch das war, hatte eine gute Balance, äh, eine gute Balance gefunden. Man hat, ähm, in vernünftiger Zeit diese Karten bespielen können. Und, äh, ist dann nicht durchgehuscht. Und auch der anderen Seite nicht wie Tower from the Deep, wo man mehrere Tage für ein verdammtes Frachtschiff, ähm, ähm, einplanen musste. Also, auch das ist ziemlich gut geworden. Ähm, die verschiedenen, ähm, Ausrüstungsgegenstände und der, äh, überhaupt der Research Tree, oder der Tech Tree waren, ähm, fand ich, mh, okay. Also, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ähm, es war, mh, es war irgendwie, sozusagen, der Fortschritt war vorhersehbar, in gewisser Weise. Und andererseits spiele ich seit, weiß nicht, 25 Jahren diese Spiele und, äh, ne, nicht ganz, aber, ne, seit über 20 Jahren diese Spiele. Und deswegen weiß ich auch einfach, ähm, wie sich üblicherweise in solchen Spielen, äh, die Technologiebäume entwickeln. Äh, und, ähm, das kann man dem Spiel also nicht vorhalten. Der, äh, Research Tree war tendenziell linear. Man wusste sozusagen, wann die neuen, also, so wie ein neuer UFO-Typus kam, wusste man, okay, jetzt geht's im Research gleich voran. Andererseits ist das auch irgendwie logisch, weil, ne, wenn neues UFO-Schiff, also, ein besserer, äh, besseres UFO auftaucht, wird auch neue Technologie drin sein, die wir noch nicht kannten, also werden wir auch wieder was zu erforschen haben. Das ist also, denke ich, äh, durchaus logisch. Ähm, aber das hat zu so einer gewissen Linearität geführt. Ähm, es gab noch genug, äh, Ausfransungen, dass mich das nicht wirklich gestört hat. Ein anderer Punkt, den das Spiel anders macht, als das Original, und, äh, wie ich finde, grundsätzlich besser macht, waren die Luftkämpfe, ähm, auf der Geoscape-Ansicht. Ähm, die waren im Original ja very bare bones, sag ich mal, und in XCOM 2012 nochmal bare boniger. Und, ähm, Xenonauts hat da versucht, ein bisschen, ja, ein bisschen Spiel reinzudrücken, in diese, äh, ja, äh, Abwehr, äh, Luftabwehrkämpfe, da mit den UFOs. Ähm, und, die gute Entscheidung getroffen, die optional zu machen. Ähm, also so halb optional, sag ich mal. Ähm, man konnte ja jeden dieser Luftkämpfer halt auch, äh, auto-resolven, also die Computer, ähm, äh, berechnen lassen und das Ergebnis quasi auswürfeln. Ähm, was wir ja auch meistens gemacht haben. Ähm, man konnte aber, wenn man wieder seine, sein Ergebnis optimieren wollte, war es besser, das von Hand zu machen. Man musste dann natürlich lernen, es gut von Hand zu machen. Dazu war in diesem Fall, das ist für ein Strategiespiel ganz witzig, ist tatsächlich auch ein bisschen, ähm, schnelle Auffassungsgabe erforderlich. Klar konnte man das alles pausieren, aber, ähm, konnte man? Ja, ja, ich glaube, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Könnte man... Wann habe ich denn? Hm, 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 ja, hm? Egal. Also, man brauchte, das haben wir ja gerade am Anfang gesehen, wo ich mich ja doch ein bisschen dämlich angestellt habe bei diesen Kämpfen. Und eine habe ich auch am Ende sie nicht wirklich beherrscht, weil das einfach ein Skillset ist, was ich nicht so wirklich entwickelt hatte bei mir. Man hat aber dadurch, wenn man dieses Skillset entwickelt, tatsächlich die Möglichkeit, es besser zu machen als der Computeralgorithmus und dadurch einen Vorteil zu erlangen. Und damit halt auch Aliens abschießen zu können oder Ufos abschießen zu können, die man eigentlich, oder wo man eigentlich nur sehr schlechte Karten hat. Klar gab es da noch unmögliche Sachen, aber trotzdem. Es war, man konnte dadurch wirklich mit Skill eine ganze Menge rausholen. Aber das Schöne war, wenn man diesen Skill nicht einsetzen wollte oder konnte, konnte man halt durch verbesserte Technik, die man entwickelte, und vorsichtigeres Vorgehen, halt auch den Computer das machen lassen. Dann hat man halt ein paar Ufos nicht fangen können oder abschießen können oder man hat bestimmte Technologie priorisieren müssen, damit man die in seine Interceptor einbauen konnte. Aber diese Möglichkeit hatte man. Also auch da wieder für die verschiedenen Geschmäcker jeweils das, wie sie es halt gerne hätten. Und ich kann nicht sagen, dass mich diese Luftkämpfe total umgehauen hätten. Auch da war wieder, sie waren zweckmäßig, sie haben ein nettes zusätzliches Element ins Spiel gebracht und waren in der Gestalt in jedem Fall eine Verbesserung zum Original. Man hätte es sicherlich besser machen können, ich weiß allerdings nicht wie. Aber ich bin ja auch kein Spieleentwickler zum Glück. So wie es gemacht wurde, war es zweckmäßig und hat, wie gesagt, dieses zusätzliche Element ins Spiel gebracht und halt auch wieder diesen zusätzlichen Skillset erfordert, den man halt einsetzen konnte, wenn man ihn hatte oder entwickelt hatte oder halt auch nicht und dann mit den Konsequenzen leben musste. Und das finde ich für ein Strategiespiel ist das gut. Wenn man Entscheidungen trifft, ob man bestimmte Sachen macht oder nicht macht, dann muss das Konsequenzen haben und das hat er es. Also ich sage mal, jemand, der diese Luftkämpfe perfekt beherrscht, der wird es viel einfacher gehabt haben, als wir es gehabt haben. Oder nicht viel einfacher, ein bisschen einfacher, das macht das Spiel nicht einfach. Aber er hat mit ein paar weniger Kopfschmerzen zu kämpfen, sage ich mal. Und auch das wieder, gutes Gameplay, gutes Balancing. Das Interface, Benutzerinterface, ist, ja, das ist, da bin ich immer der schlechte Ansprechpartner für, um da Kommentare zu abzugeben, weil ich, die meisten Spiele, die ich wirklich gerne spiele und mag, kommen aus einer Zeit, wo Benutzerinterface, wo die meisten UIs wirklich schlecht waren. Und zum Beispiel gilt ja das XCOM-Originalbenutzerinterface als total katastrophal, furchtbar, graunhaft, grottig, schlecht. Finde ich überhaupt nicht. Das ist halt das XCOM-Interface, das ist halt so. Aber objektiv, wieder, ich versuche das etwas objektiver zu betrachten, ist das Xenonauts-Interface Lichtjahre besser. Auch hier gilt wieder, ich weiß nicht, wahrscheinlich hätte man es auch noch besser machen können, aber da bin ich wirklich nicht kompetent, das beurteilen zu können. Es hat alle Sachen, die ich von einem Userinterface in so einem Spiel erwarte, auf eine Weise gemacht, die einfach waren, die schnell gingen und die einfach, ja, die einen nicht abgelenkt haben. Also, es war also ein definitiver Fortschritt. Wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass man das alles noch hätte viel besser lösen können, aber darum soll es mir jetzt nicht gehen, weil das ist ja mein Nachwort und meine Kritik. Also, auch das UI war super. Oder das Benutzerinterface war super. Für so ein Spiel. Also, alles in allem, was muss ich... Ach, die Aliens habe ich vergessen. Ja, also, das ist der einzige Punkt, der... Ja, das ist auch wieder schwierig. Da bin ich versucht zu sagen, die Aliens hätten Tucken interessanter sein können. Und andererseits ist auch das Problem, das ist ja irgendwie alles schon mal da gewesen. Und so dieses, ähm... Man, zum Beispiel, man weiß halt einfach, was Kryzolids bei XCOM gemacht haben. Deswegen ist es dann keine Überraschung, wenn man Reaper trifft. Ähm... Der Horror bei... Im Original zum ersten Mal Kryzolids zu sehen oder dieses Geräusch zu hören und dann zuerst nicht zu wissen, was es ist und dann herauszufinden, was es bedeutet. Äh, diesen Horror, den kann es natürlich nur dieses eine Mal geben. Weil, ne, wenn wir jetzt irgendwie, ähm, Zombie sehen oder irgendwie so ein... Dieses... Oh, 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 hören. Ah, okay, Kryzolid-artiges Ding, ne? Und so weiter, so weiter. Ähm... Das war... Und, ich meine, wenn wir ehrlich sind, die, äh... Die Variabilität der Aliens im Original war so groß auch nicht. Ähm... Da war Terry from the Deep ein Tucken besser, weil die wirklich... Auch sehr unterschiedlich waren in ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten und Resistenzen und so weiter. Ähm... Das war hier ein bisschen, ähm... Bisschen weniger. Ähm... Allerdings halt, äh... Nicht in einem Maße, dass man irgendwie das Gefühl hatte, da fehlte irgendwas. Also, ähm... Ähm... Die verschiedenen Alien-Typen waren, ähm... Halbwegs gut durchdacht. Ähm... Haben unterschiedliche, äh... Einen vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt und darum sollte es eigentlich gehen. Ähm... Wie eigentlich alles. Ähm... Besser war als das Original, falls das Original überhaupt eine hatte. Ja, ich weiß, er hat... Es hatte eine... Ähm... Ähm... Und auch hier, wieder sind wir wieder beim Thema Balancing. Das zieht sich durch das ganze Video. Ähm... Hier haben, äh... Hat es Goldhawk Interactive, Goldhawk Interactive geschafft, auch wieder eine Balance zu finden. Zwischen auf der einen Seite, äh... Vorsichtigem Vorgehen und mehr oder minder intelligentem Vorgehen. Oder versuchtem intelligentem Vorgehen der KI. Weißt ja... Auch hier gilt wieder. Sicherlich hätte man die KI noch besser machen können. Aber, dennoch... Das auf der einen Seite, also möglichst, ähm... Sinnvollem Vorgehen. Und auf der anderen Seite, äh... Das sind Aliens. Die verhalten sich nicht wie Menschen. Und, ähm... Das war halt das, was... Das war der Nebeneffekt dieser ziemlich affigen Original-Ki von XCOM. Ähm... Dass sie total irre Sachen gemacht haben, weil die KI halt einfach so schlecht war. Ähm... Aber genau diese irren Sachen haben halt dieses Alienhafte unterstrichen. Das hat zur Atmosphäre beigetragen. Und, ähm... Und Xenonauts hat ja die Balance gefunden. Auf der einen Seite halt keinen totalen Unsinn anzustellen mit der KI. Auf der anderen Seite sie aber auch Sachen machen zu lassen, die Menschen nicht machen würden. Ähm... Zugegebenermaßen tendierte Xenonauts zur, äh... Zur ersteren Sache. Also zum Versuch, die KI, ähm... Vernünftig vorgehen zu lassen. Aber zum Beispiel gab... Da gab es halt dann solche Rassen wie diese Roboterviecher. Ähm... Die halt einfach... Gehen drauf los und schießen alle tot. Würde kein Mensch machen. Also... Kein Mensch, der überleben möchte. Ähm... Die machen das einfach. Und, ähm... Das war... Ähm... Das hat wieder dieses... Ja... Das ist einfach was anderes. Diese... Weil genau so wirkte es auf mich. Es war wahrscheinlich ein Glitch in der KI, dass da irgendeine Wegfindung nicht funktioniert hat oder so. Äh... Man hatte wirklich das Gefühl, da ist irgendwie irgendein Kabel durchgeschmort und, ne? Er hoppelt immer hin und her, dann links, nach rechts, dann links, nach rechts. Ähm... Das sind so diese, äh... Diese kleinen Glitches, ähm... Die mitunter, nicht immer, das braucht wirklich ein perfektes, äh, perfektes Gelände für, eine perfekte Situation für, die durch ihr auftreten, die Situation eher verbessern oder die Atmosphäre verbessern. Und, ähm... Also auch hier, ähm... KI hat mich überzeugt. Ähm... Und, ähm... Ich überlege, was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Ich glaube, damit müsste ich so ziemlich durch sein. Ich glaube, das Video ist auch lang genug geworden. Ähm... Aber, äh... Ich denke, ich habe jetzt zumindest versucht, halbwegs zu begründen, warum ich, ähm... Xenonauts als Spiel des Jahrzehnts bezeichne. Ähm... Für mich und auch als besser als das Original. Weil, äh... Ja... Ich habe es gesagt, diese Sachen einfach auf den Punkt stimmen. Ähm... Das Spiel hat sich sicherlich beschränkt auf bestimmte Punkte. Also man hätte das alles ja viel größer machen können und viel, viel mehr, äh... Spielmechaniken einbauen können. Ähm... Aber, nein, sie haben sich auf das beschränkt und das auch zugegebenermaßen diesem extrem langen Entwicklungs, äh... Zyklus geschuldet oder diese Entwicklungszeit geschuldet. Ich weiß nicht, ich finde das... Das waren es fünf Jahre? Also es ist auf jeden Fall ewig lang her, dass das, äh... Xenonauts begonnen wurde und dem vielen Feedback, das es gab, war natürlich auch die Möglichkeit, das Balancing hinzukriegen, ne? Hört ihr das, Pillars of Eternity? Bevor das verdammte Spiel fertig ist. Ähm... Oder zumindest zu einem Guteil schon fertig zu haben. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, ich will das Balancing-Problem von Pillars of Eternity nicht mehr so dolle vorwerfen, bin ich ja darauf hingewiesen worden, freundlicherweise. Ähm... Aber, ähm... Durch die Situation, wie es hier nur noch Zeit entstanden ist, über diesen sehr langen Zeitraum, mit dem vielen Feedback von wirklichen Hardcore-Fans, die auch zu einem überwiegenden Teil wissen, wovon sie reden. Oder zumindest zu einem relevanten Teil wissen, wovon sie reden. Ähm... Das hat das Spiel wirklich sehr weit vorangebracht. Und da konnten die Entwickler, wenn sie dieses Feedback genommen haben, was sie getan haben, ähm, ihre eigene Kompetenz, die, was XCOM-Mechanik angeht, auch nicht unerheblich war, ähm, dazugepackt haben. Und das alles, ähm, konzentriert auf bestimmte Spielmechanismen, ähm, fokussiert. Und das dann zu Ende entwickelt haben. Das hat halt dazu geführt, dass da so ein, ja, für mich nahezu perfektes, ähm, Strategiespiel bei rausgekommen ist. Ja, ähm, das war dieses Nachwort, schrägstrich diese Kritik. Ähm... Ich, äh, habe dieses Let's Play sehr genossen. Und ich habe das Spiel, ähm... Wie ja schon bereits erwähnt, genossen wie schon lange keins mehr. Ähm... Und ich hoffe, an dieser Stelle, dass Xenonauts 2, ähm, ja, da irgendwie dran anknüpfen kann. Ich habe fast, ich bezweifle es fast, also, weil viel besser können sie eigentlich nie werden. Also, aber... Ich muss sagen, Goldhawk Interactive, ähm, ist für mich, äh, ich glaube, die gab es ja vorher auch gar nicht, ne? Also, ähm, auf der Landkarte erschienen und, äh, haben sich wirklich, ähm, ähm, haben sich wirklich erwähnenswert gemacht. Also, dieses Spiel, also ihre Kernkompetenz, sag ich mal, ist wirklich, ähm, nicht von schlechten Eltern. Ja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass Xenonauts 2 auch ein schönes Spiel wird. Ähm, erst mal hoffe ich, dass es zu Ende entwickelt und dir nicht vorher das Geld ausgeht oder so, das muss man ja mit allem rechnen. Aber, wir sehen, ähm, Indie-Spiele können wirklich Triple-A's an die Wand, an die Wand fahren. Also, oder an die Wand spielen. Äh, Xenonauts wäre als Triple-A-Game nie erschienen. Das, ne, dafür ist es zu schwer, dafür ist es zu hässlich, dafür ist es zu fokussiert. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob man XCOM 2012 als Triple-A bezeichnen, ja, müsste man ja eigentlich schon, ne? Ähm, da sieht man, wenn man die beiden Spiele vergleicht, sieht man auch am deutlichsten die Unterschiede, ne? Also, äh, XCOM 2012 ist wie Kino. Also, mit diesen, mit diesen Kamerafahrten und diesen ganzen Gedöns. Ähm, und das muss ich XCOM 2012 lassen, das hatte ich in meinem Let's Play etwas falsch eingeschätzt. Auf Impossible ist XCOM 2012 auch ein ziemlicher Knüppel. Also, äh, das ist völlig okay. Ähm, aber ich denke dennoch die, ähm, Tiefe der, äh, die taktische Tiefe fehlte XCOM 2012 einfach. Die war, es gab zwar dann eine, ein, 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 auf Impossible gibt es einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad und da muss man dann auch taktisch clever vorgehen. Allerdings sind die, ist die Variabilität, warum habe ich für diesen Wort immer so Schwierigkeiten, ähm, geringer. Ja, und, ähm, ich finde Xenonauts bietet von all diesen Spielen dieses Typus doch die größte taktische Tiefe und, äh, das macht es halt so außergewöhnlich. Ja, okay, jetzt bin ich aber wirklich fertig, ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und, ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja bei dem in Kürze startenden Open XCOM Let's Play. Okay, also, bis dahin. Tschüss! Okay, also, bis dahin. Tschüss!